Musik Jo Leute, was geht unter? Herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ja, heute habe ich mal wieder die aktuelle Eventwoche für euch zusammengefasst. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen fetten Daumen nach oben da Leute und ein Abo. Nicht vergessen, wer hier neu auf dem Kanal ist. Es gibt zur Zeit ein Under-All und Mod-It-Account-Gewinn-Spiel hier. Und dafür müsst ihr nur Video liken, Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Hero. Und warum ihr gewinnen wollt und dann nur noch mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. So, was haben wir in dieser Woche Neues? Und zwar haben wir ein Geschenk von Rockstar Games. Und zwar kriegt jeder Spieler, der auf der PS4, Xbox One und auf dem PC spielt, 400.000, wenn er sich bis zum 16. November 2017 einloggt und ja, der kriegt dann zwischen dem 6. und dem 13. November, naja, die 400.000 auf dem Macebank-Konto überwiesen. Und warum das Ganze? Weil GTA Online 4 Jahre alt wurde Leute. Und dafür jetzt nochmal ein Hashtag Alles Gute an Rockstar Games oder auch an GTA Online, wie ihr es schreiben wollt. Dann haben wir natürlich noch ein neues Auto, den Vigilante und einen neuen Gegner-Modus, den ich überhaupt nicht aussprechen kann. Deswegen lasse ich jetzt lieber. Und dann haben wir noch die ganzen Prozente, die ganzen Rabatte und zwar werde ich euch die in der Videobeschreibung verlinken oder einfach mal euch alle aufschreiben. Das heißt, wenn ihr alle Rabatte sehen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung, da wird alles nochmal aufgelistet. Und jetzt würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und teilt das Video. Ich bin raus, haut rein. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin raus, haut rein und ciao.